Hi und herzlich willkommen zu einer schönen Aufgabe aus dem TMS bzw. EMS, genauer gesagt aus dem Untertest Quantitative und formale Probleme. Und in dieser Aufgabe hier geht es um exponentielles Wachstum. Das kommt ständig im TMS bzw. EMS dran und ist eine Aufgabe, wo man wirklich Zeit wieder reinholen kann. Ihr habt nämlich zweieinhalb Minuten pro Aufgabe und jede Aufgabe gibt gleich viele Punkte. Heißt also, wenn ihr diese Aufgaben zu den Exponentialfunktionen schneller lösen könnt als in zweieinhalb Minuten, habt ihr Zeit gerettet für die schwierigeren Aufgaben mit den Formeln und so. Aber gucken wir uns das Ganze mal an. Ihr wisst, dass E. coli-Bakterien sich unter Idealbedingungen alle 20 Minuten verdoppeln. Legionellen wachsen langsamer, die verdoppeln sich nur alle zwei Stunden. Und man setzt jetzt beide Bakterienkulturen auf idealen Nährboden und weiß, mittags um 13 Uhr hat man bei beiden Kulturen 1024 Bakterien. Und wir wollen wissen, wie viele Bakterien der beiden Arten zwei Stunden vorher, also um 11 Uhr am Vormittag vorhanden waren. Und da kann man jetzt natürlich anfangen, Exponentialfunktionen aufstellen, Logarhythmen machen und so weiter, aber dafür hat man gar keine Zeit. Mein Tipp, macht einen Zahlenstrahl. Überlegt euch also, okay, es sind zwei Zeitpunkte, die für mich interessant sind. 13 Uhr und 11 Uhr. Und ihr habt zwei Arten von Bakterien. Einmal E. coli. E. coli hat um 13 Uhr 1024 Bakterien und wir wissen, alle 20 Minuten verdoppeln die sich. Wir müssen jetzt aber irgendwie rückwärts rechnen, also von 13 Uhr auf 12 Uhr auf 11 Uhr. Und wenn sich diese Bakterien alle 20 Minuten verdoppeln, wenn man in die Zukunft schaut, dann müssen sie sich auch alle 20 Minuten wieder halbieren, wenn man in die Vergangenheit guckt. Das heißt hier 20 Minuten vor 1, hier 20 Minuten nach 12, hier um 12, da müssen wir jedes Mal geteilt durch 2, geteilt durch 2, geteilt durch 2 rechnen. Und auch von 12 nach 11 Uhr. Einmal, zweimal, dreimal passen die 20 Minuten in die Stunde, also dreimal wird durch 2 geteilt. Und das wäre hier die Rechnung. 1024 durch 2 und nochmal, 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 also durch 2 hoch 6. Und was da übrig bleibt, wenn man das ausrechnet, ist 16. Da müsst ihr einfach schnell teilen können, ne? So ein bisschen wie die Gigabyte auf Speicherkarten. 1024 durch 2 ist 512, das wieder durch 2, 128, das durch 2, 64, das durch 2, 32, das durch 2, 16. Und genauso machen wir es jetzt bei den Legionellen. Die sind aber einfacher, die verdoppeln sich nämlich exakt alle 2 Stunden. Das heißt, rückwärts gerechnet können wir auch sofort sagen, von 13 Uhr bis 11 Uhr sind ja 2 Stunden. Das heißt, die machen nur eine Halbierung durch und die sind dementsprechend um 11 Uhr bei der Hälfte bei 512. Und die E. coli, die waren ja bei 16. Und deswegen kann man schauen, 512 und 16, das hier ist die richtige Antwort für unsere Frage. War auch wieder relativ machbar, finde ich. Weil es vor allem noch nicht so vertwistet war. Und vertwistet ist im Gegensatz dazu aber diese Aufgabe. Da wird halt nicht so direkt gefragt, sondern so ein bisschen um die Ecke. Wir haben einen Laboranten und der züchtet jetzt wieder 2 Bakterien. Der Klassiker, verschiedene Kulturen. Die eine Kultur teilt sich alle 4 Minuten, die andere Kultur alle 3 Minuten. Und man setzt jetzt von beiden Bakterien gleich viele auf einen Nährboden, aber zuerst die langsamer wachsendere Art, die sich alle 4 Minuten verdoppelt. Und dann 120 Sekunden später die schneller wachsendere Art, die sich alle 3 Minuten verdoppelt. Und wir wissen jetzt, es gibt einen Zeitpunkt, wo es genau gleich viele Bakterien beider Kulturen hat. Und wir wollen jetzt aber nicht wissen, wann der Zeitpunkt ist, sondern wir wollen wissen, um wie viel Prozent Kultur Y bereits gewachsen ist, zu diesem Zeitpunkt, wo gleich viele Bakterien beider Arten in diesen Nährböden sitzen. Und da würde ich trotz allem auch wieder einen Zahlenstrahl machen und sagen, okay, gucken wir uns das Ganze an. Es gibt irgendwie einen Zeitpunkt 0, da wird die Kultur X ausgesetzt. Dann 120 Sekunden später, also 2 Minuten später, wird Kultur Y angesetzt. Also schreibe ich mir hier Kultur Y hin und hier oben Kultur X, die kommt früher. So, und jetzt Kultur X, alle 4 Minuten verdoppelt die sich. Das heißt, wenn ich meinen Zahlenstrahl hier fortsetze, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mega lang kann es eigentlich nicht gehen, weil man muss es ja wirklich noch im Kopf lösen können. Aber dann ist es bei Kultur X wirklich gut übersichtlich. Alle 4 Minuten verdoppelt die sich. Also bis hier, wenn wir sagen, zu Beginn haben wir einfach 1 meinetwegen, dann hätten wir hier schon 2, wieder 4 Minuten später hätten wir dann schon 4 und nochmal 4 Minuten später, wer weiß, wie weit wir gehen müssen, machen wir mal bis 12. Da verdoppelt es sich wieder, das heißt, da hätten wir dann schon 8. Und genauso probieren wir es jetzt für Kultur Y, wobei die eben hier bei Minute 2 erst starten darf. Und die verdoppelt sich alle 3 Minuten. Das heißt, von 2 zu 5 wird sie sich verdoppeln. Starten wir wieder mit 1, sind dann bei 2. Dann auf 8 sind wir bei 4. Und auf 11 wären wir bei 8. Und so weit, seht ihr schon, müssen wir gar nicht gehen, weil das ist der Zeitpunkt, den wir gesucht haben. Nach 8 Minuten sind es gleich viele Bakterien in jeder Kultur. Und das reicht uns aber nicht, sondern wir müssen jetzt sagen, um wie viel Prozent Kultur Y gewachsen ist zu diesem Zeitpunkt. Aber nicht so schlimm, man kriegt das hin. Kultur Y hat dann 4 und hatte zu Beginn 1. Das heißt, Kultur Y hat zwei Verdoppelungen gemacht, hat sich also insgesamt vervierfacht. Und wenn man sich vervierfacht, dann wächst man um 300 Prozent, weil 1 entspricht dann 100 Prozent und die 4, die wir haben, entspricht 400 Prozent. Und das Wachsen ist halt was Additives, nicht in unserem Fall was Multiplikatives, obwohl man das auch gut falsch verstehen kann. Es sind hier plus 300 Prozent dazugekommen, obwohl ja, man auch sagen könnte, mal 4, also mal 400 Prozent wurde gerechnet. Es hat sich vervierfacht. Also, wenn die fragen, um wie viel Prozent ist es gewachsen, dann meinen die das, was additiv dazugekommen ist. Und die richtige Antwort ist hier die 300 Prozent. Netter wäre es natürlich gewesen, wenn man hier als Auswahl zum Beispiel irgendwie 500 Prozent gehabt hätte, sodass man gar nicht in Versuchung kommt, das Ganze zu missverstehen. Aber das sind auch so die kleinen Knackpunkte am TMS. Und da hilft nur Übung, Übung, Übung. Zum Beispiel hier. Oder aber auch, was ich sehr spacig und richtig witzig immer finde, schaut mal die Schlauchprobleme an. Die findet ihr da oben drüber. Ganz viel Spaß dabei. Wenn ihr mögt, bis ganz bald. Und ich drücke die Daumen für euren TMS. Das wird schon alles. Ciao.